Ja liebe Leute hiermit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fortnite Video oder Infovideo. Und zwar habe ich nach verschiedenen Quellen gesehen, wo steht, dass die Wirkensfest sehr wahrscheinlich also wofür sieben jetzt, also erst morgen kommt, also einen Tag später. Ob das jetzt stimmt oder nicht, das wissen wir erst so um 15 Uhr oder wenn die Serie halt erst später on sind, halt dann, ob das wirklich stimmt. Ich habe gehört noch, dass noch ein neues Item dazukommen soll, mit dem man sich direkt teleportieren kann, beziehungsweise so wie diese Rissportale. Ja, mal schauen, wer weiß. Ja, eigentlich war es das schon und viel mehr habe ich gerade gar nicht zu berichten. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr darüber wisst, falls ihr mehr wisst. Und ja, ich bin gespannt, was es für Wochenquests gibt. Ich habe da schon ein Video darüber geschaut, aber ich glaube nicht, dass da wirklich all das davon sein wird. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis ein anderes Video. Eindrucksmal. Tschüss! Ihr dachtet schon, das Video sei vorbei. Ja, das sagt ich kurz auch. Und zwar ist der Server jetzt wieder on und es gibt eben die Updates. Hier stehen gerade die Neuigkeiten und auch eine Möglichkeit hier, irgendwie seinen Account zu schützen. Man bekommt da Emojis und es steht wirklich, die Wochenquests kommen erst zwei Tage später, was auch, was das genau heißt. Und zwei Tage? Ja, gut. Mal schauen, wie viele Stunden das sind. Aber wir sehen uns dann beim Wochenquest-Video wieder, denke ich mal. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis ein andermal. Tschüss!